Halli, hallo, hallo, herzlich willkommen! Zurück zu Super Mario Galaxy 2. Beim letzten Mal haben wir die Schlinger-Sand-Galaxie geschafft. Jetzt gehen wir in die Schwindelschrank- Da haben wir auch schon was gemacht. Okay, da gibt es einen Geheimstern, den wir noch nicht haben. Ja komm, dann machen wir erstmal den Geheimstern da jetzt, ne? So, Schwindelschrank-Galaxie. Machen wir. Machen wir. Natürlich habe ich die Batterie nicht ausgewechselt, weil ich habe einfach jetzt direkt angefangen aufzunehmen, 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 aufzunehmen. Ich bin jetzt gerade in Aufnehmen-Flow. Und sehen, wenn ich jetzt nicht rauskomme, ob ich fucking Batterien jetzt wechseln muss. Nö, sehe ich jetzt gar nicht ein. Es ist ja nur, ich brauche die ja wirklich nur für Galaxy. Arschloch. Ich brauche die jetzt endlich ja wirklich nur für Galaxy. In anderen Spielen, ich meine Pokémon noch, und dann wollte ich gleich auch noch Xenoblade vielleicht aufnehmen. Brauche ich das ja nicht. Ja, da bräuchte ich sowas nicht. Oh Gott, es will. Oh, das sieht mir so ein Kistenscheiß aus. Oh Gott. Ha, 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 ha. Gut, das sieht man schon. Ja, es ist so ein... Das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie. Oh Gott, es will. Ja, ich helfe dir gerne. Ich helfe dir gerne, und ich muss natürlich auf Zeit helfen. Weil ich bin Super Mario, und ich werde alles auf Zeit schaffen. Oh Gott, es will noch nicht, schaffe ich das. Meine Freunde, wir sehen jetzt den ganzen Part. So wird der ganze Part aussehen. Wir werden die ganze Zeit hier nur versuchen, die so scheiße hier zu schaffen. Ich sehe es schon, komm. Was? Das soll man schaffen? Das ist unschaffbar. Das ist leider unmöglich. Es ist leider impossible. It's impossible. Äh, ja. Nimmst du mit deinen Feuerwehren? Ja. Was muss ich überhaupt noch Zeit machen? Ich helfe dir doch. 20 Sekunden. Alter Schwede. Geh mir nicht auf den Piss. Ach, scheiße ist das doch. Das schaffe ich doch nie. Man muss halt alles irgendwie so mit mehreren... Oh Mann! Wie soll man das denn schaffen? Komm schon, Mario. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So schwer wird es schon nicht sein. Ich mache wahrscheinlich irgendwas verkehrt. Ich fange wahrscheinlich falsch an. Höchstwahrscheinlich. Wird es das sein. Gottes Willen. Oh Gott. Scheiße. Okay, aber wir waren auf jeden Fall schon mal dichter dran. Wir waren auf jeden Fall schon mal dichter dran. Nur noch ein bisschen... Ich muss wahrscheinlich ein bisschen mehr Weitsprünge einfach machen. Ich bin wahrscheinlich einfach zu langsam. Das ist höchstwahrscheinlich das ganze Problem. Bin höchstwahrscheinlich einfach nur zu langsam. Eins. Oh Gott. Ich mache aber schon wieder keinen Weitsprung. Obwohl ich schon eben gesagt habe, okay. Da haben wir es liegen. Trotzdem mache ich dann keinen Weitsprung. Da war es aber Weitsprung. Nein, ich hätte ein bisschen früher machen müssen. Oh Gottes Willen. Das war es aber fast. Gehen wir nicht auf den Piss. Ich schaffe das jetzt. Sprechen. Mit Vergnügen. Bring it on, bitch. Bring it on. Dun, dun, dun. So. Go, 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 go. Ja, das ist doch schon verkackt. Oder? Nee. Nee, ich habe es geschafft. Geil. Geil. Woo. Das war, ich will nicht sagen, dass das einfach war, aber war es auch nicht. Deswegen will ich auch nicht sagen, dass es einfach war, weil das nicht einfach war. Aber ich habe gedacht, wir sitzen da jetzt länger dran. Oh, ich habe die alten Mario für 60 Sweats. Springen und ganz schnell X drücken damit der Stern so schnell wie möglich eingesammelt wird. Passiert die, glaube ich, nicht so, weil die Animation viel, viel, viel länger ist. Oh, was ist jetzt los? Bin ich hier unten? Schwindel, schwang, Galaxy, 49. Galaxy komplett. Da kommt ein Komet. Geil. Schabernack. Ach, jetzt erst? Ich glaube, meine Welt all kollabiert. Was um ein Allfeld ist das? Eine schaurige Blume mit Augen. Feuerblume? Na ja, klar. Dann wird es mir echt ein kuriosen Sammeltrieb. So ein Haufen verrückter Sachen. So ein Item fehlt noch. Die Sprungfeder eigentlich nur, ne? Eigentlich nur die Sprungfeder. Eigentlich nur die Sprungfeder. Aber okay. Nicht lange hier aufhalten. Wir haben, wir haben Stuff to do. Wir haben Stuff to do. Lose geht's. Lose geht's. Lose geht's. Buhu-Mond-Galaxie. Das sieht ja schon spaßig aus. Silberständer der Pappaufständer. Oh Gott. Das klingt nach spaß. Oh Gott. Das willen. Wo die Musik. Yes. Das ist die Super Mario World. Geistermusik. Ich glaube, das habe ich schon einfach mal erwähnt. In irgendeinem Part. Probieren wir es einfach mal hier durchzukommen. Vielleicht habe ich ja instant. Ich bin ein junger Gott. Bin ein junger Gott. Wenn du jetzt verstanden, aber ich bin halt auch ein junger Gott. Schaffe ich nicht. Okay. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Wäre auch zu einfach gewesen. Aber ich wüsste auf jeden Fall schon mal wo lang. Das ist schon mal ganz gut. Und los. Wir sammeln es erst mal alles hier. Paulus erhält gleich keinen Stress zu machen. Das ist mal ganz gemütlich alles einsammeln. So, dann los. Okay, dann hier wechselt er. Dann will er hier rüber. So, dann kann man doch hier. Bestimmt irgendwie. Irgendwo kommt man nach Chalk hatten. Bestimmt. Das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Ich habe die Musik auch nicht erkannt. Bin ich jetzt ganz ehrlich? Habe ich es nicht erkannt? Was genau das sein sollte? Aber hör auf jeden Fall tauchen dafür Leben auf. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Runter, runter, dahin. Okay. Dahin. Und weiter. Um Gottes Willen. Ha. Wow. Wow. Scheiße. Da wollte ich wieder zu schnell. Oh, ich bin doch nicht mal an der schwierigen Stelle wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das jetzt hier noch der easy part. Ich stelle mich an wie ein Vollidiot. Okay. Die Musik kommt immer noch nicht bekannt vor. Aber wir kriegen hier immerhin ganz, ganz viele Leben. Da ist noch links. Kann er ja schon direkt hier rauf springen. Also es ist höchstwahrscheinlich also der easy part. Ich verkacke hier schon. Halleluja. Ja, wir sind aufpassen. Hier nicht zu schnell sein. Das Ding erstmal durchkommen lassen. Alter, diese Optik. Optik. Wow. Und weg. Oh Gott. Oh Gott, Mond. Nice. Go, Mond. So, da ist der Stern. Da ist der Stern. Okay. Man weiß einfach, dass er hier ist. Kann man euch mit einer Stammverteilung noch besiegen? Nee, kann man nicht. Wäre auch zu einfach. Wenn er für alle drei auf einen Haupen haben, so. Alter Schwede. Geiler Scheiß. Ist ja Paper Mario hier. Schade. Schade. Oh Gott, das wäre nicht. Ich hätte nur noch an ihn ran gemusst. Ich muss ja nur noch an ihn ran. Scheiße. Da muss ich einmal ganz rum. Komm ich halt nicht dran vorbei. Ich muss halt einmal an... Oh Gott. Oh Gott, das ist gar nicht mal so ein... Alter, stellt mir jetzt hier nicht weg. Habs. Okay, habs. Stern, tauch jetzt irgendwo auf, wo du nicht ein Hurensohn bist. Ihr fucking Geister. Lass mich einfach mal in Ruhe. Dankeschön. Wunderbar. Hoi, 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 hoi. Das war auf jeden Fall mehr als knapp. Buho Mond Galaxie. 50 Stellung. Wir finden auf 5, um da weiter zu kommen. Einen kann ich da noch holen? In der Buho Galaxie? Oh Gott. Mario, ein Brief für dich. Hilfe gesucht. Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich bin in der Raumwirbe Galaxie. Lass mich aber nicht so lange warten. Der Hausmeister Krause. Ordnung muss nämlich sein. Aber die Hausmeister müssen wir dich auch nicht machen. Aber ich hab keinen Bock drauf. Es sei denn, es muss wirklich gemacht werden. Also bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Ich kann auch einmal irgendwas bei dem Tod hier... ...äh... ...einlagern. Ja, bitte. Und zwar können wir da eigentlich mal eben 1000 einlagern. Dass wir da gleich 1000 Stück drin haben. Oh Gott. Jetzt wurde aber zu schnell. Weißt du, da wäre da wieder gierig. Da wäre da wieder gierig. Ich will nur, dass du 1000 Stück von mir hast. Mehr nicht. So, gut. Das hier im Lager von... Was ist das für dich? Oh, guck mal. Da kriegen wir zwei One-Ups. Geil. Schöne Brille, nicht wahr? Sieht mir ähnlich wie ein echter Verwalter aus. Hihihi. Ähm, okay. Was auch immer. So, wo ist das Ding? Wir brauchen noch mehr Leben. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Scheiße. Ah. Falsche Ohr. Oh, jetzt war auch ein Leben. Nice. Es reicht auch ein Leben. Oder? Na komm, wir können den Tod hier mal probieren. Den... 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 Glückswürfelchen. Hallo Augen von Mario. Darain. Hallo, Abzocker-Luma. Bla, 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 bla. 30, gerne. Verwandeln! Komm schon. Glück sei bei mir. Ah, ich kriege nur einfach den Sternteil. Naja. Egal. Gut, meine lieben Freunde, Sonne. Ich würde aber auch sagen, das war es wieder für diesen Part. Ich hoffe ja... Eigentlich hoffe ich, dass er euch gefallen hat. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Dann habt ihr einfach Pech. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ihr alles auf jeden Fall eine Bewertung da habt, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr heißt Mario Galaxy 2. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Untertitelung des ZDF, 2020